Und zwar, der Berger, der Frau von Weißen, der wirkliche Streitwahrer, der ja im 50. Jahrhundert, die für die Tiefers so wichtig werden kann. Der Berger, der Frau von Weißen, war für die Tieferschein, seit dem Ende des 11. Jahrhunderts, und die Tieferschein, die werden also an den Unfallkundern geschehen. Musik 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 Musik